Und ein Moinzen zu diesem Video in Sachen, ja, ich sag mal nach, Hamburg ist vor Hamburg. Wir hatten wirklich einen schönen Donnerstagabend. Wir haben uns eine schöne Ausgangslage beschert. Auch ein schöner Abend einfach in jeglicher Art und Weise, muss man ja auch da ganz ehrlich sagen. Ich habe schon nach dem Vlog quasi gesagt, im Fazitteil da, es war eine wirklich unfassbare Stimmung. Eine atemberaubende Stimmung, ich finde der Begriff atemberaubend ist da wirklich mit am besten für. Das war auf dem Niveau von diesem Frankfurt-Halbfinale im Pokal, plus eben natürlich, dass wir da gewonnen haben, im Pokal rausgeflogen sind. Und wie auch da gesagt habe, nach dem Spiel direkt, was hier möglich ist, in diesem Umfeld, in diesem Stadion, das ist unfassbar. Da sind, wie gesagt, wirklich keine Grenzen gesetzt. Das ist eine unfassbar starke Arena mit dem Ursprung in der Kurve natürlich auch stimmungstechnisch. Hier ist so, so viel möglich, wenn du eben mal einen Tacken erfolgreicher Fußball spielen würdest. Dieses Stadion, wie ich es auch angesprochen habe, die Stadion gewinnt Spiele. Dieses Stadion, wie sagt man, mit dem Ursprung in der Kurve, gewinnt Spiele, erzeugt Momentum, all das. Das gesamte Stadion gestanden, das hast du auch nicht in jedem Spiel. Natürlich auch perfekter Spielbeginn, weil du pusht dich rein in den Spiel, die Stimmung lädt sich auf, dann ist der Anpfiff und da quasi an einem ersten Höhepunkt die Stimmung, wenn der Anpfiff kommt. Und du triffst halt direkt. Das waren es 40 Sekunden, whatever, unter einer Minute, du triffst direkt, erste Ecke ist drin. Und komplette Ekstase, wirklich ein Lärmpegel, unfassbar. Und dann lief das Spiel halt einfach generell richtig, richtig gut. Ich habe, wie gesagt, schon viel gesagt zum Spiel, nach dem Spiel direkt im Fazit-Video, quasi nach dem Vlog. Ein bisschen Respekt ist immer noch da. Wie gehen es jetzt um mit diesem Spiel? Wie gehen es um mit der Führung? Wie läuft es in Hamburg und sowas? Aber Vertrauen ist halt trotzdem da. Ja, und wie gesagt, sie haben abgeliefert in diesem Spiel. Sie waren wach, sie waren seriös, da war eine komplette Ernsthaftigkeit drin. Da ist gefühlt kein Spieler wirklich abgefallen. Viele auf einem ähnlich guten Niveau gespielten Führerser vorzuheben, der richtig stark war. Mavropanos, Antoni Appel generell. Du hast einen Mio, der richtig stark war. Klar, Kerasi hat das so sein Problemchen, aber auch sein Tor gemacht. Natürlich den Elfmeter und die Riesenschance, die hundertprozentige, läuft mal anders in Spielen bei ihm. Aber wie gesagt, er hat sich noch belohnt mit seinem Tor, fand ich auch wichtig und schön für ihn. Man muss auch echt sagen, über das gesamte Spiel gesehen, ist, glaube ich, echt der Begriff Klassenunterschied nicht mal übertrieben. Ich glaube, auch die Hamburger Spieler haben es teilweise zugegeben, auch für Relegationshinspiele. Echt ein untypisch hoher Sieg, auch für den Bundesligisten. In den letzten Jahren war ja eher so, dass quasi noch nichts entschieden war oder eher sogar der zweite Gäste das Hinspiel irgendwie für sich entschieden hat. Letztens war ja auch der HSV das Hinspiel für sich entschieden hat in Berlin, dann Rückspiel noch verloren. Einziger Manko ist halt, wie schon angesprochen, wir hatten auch mal von Panos noch ein paar Chancen, führe ich eine Chance, wirklich einiges. Man hätte halt höher gewinnen müssen. Weiß nicht, ob ich es so angesprochen hatte nach dem Spiel direkt, aber so war es auf jeden Fall im Kopf. Man hätte halt 4-0 gewinnen müssen. Weil 3-0 ist, wie ich vorhin angesprochen habe, so eine Restangst ist da. Da werde ich später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen in der Prognose sein auch. Aber so eine Restangst ist da. Frühes Tor von HSV, auch Momentum in deren Arena, dies, das. So irgendwie ab dem 4-0, 4-0, 5-0 ist irgendwie so eine Schwelle, wo du sagst, gut, da geht normalerweise absolut gar nichts mehr. Kicker nennt hier auch 12 zu 1 Chancen. Und da geht es ja nicht um Torschüsse oder sowas wie möglich, um das, was sie halt als richtige Chancen bewerten. 12 zu 1 Chancen, da war also wieder viel mehr drin. Aber trotzdem, 3-0 ist auch für unser Niveau, für unser Chancenverwertungsniveau alles in Ordnung. So, wir gar nicht meckern, nur hätte er wirklich noch höher gewinnen können und wirklich das Spiel quasi noch mehr entscheiden können, als es vermutlich eh schon ist. Wie gesagt, diese Restangst von, da könnte was entstehen in Hamburg, ist halt wirklich nur, weil wir halt VfB-Fans hinten halt so Gedanken haben durch unseren Klub, durch unsere Vergangenheit. Ist einfach so, jeder Neutrale wird wahrscheinlich sagen, das Ding ist durch und richtigerweise wahrscheinlich auch, der HSV war schwach oder wir zu gut oder so ein Mix aus beiden Defensiv eben auch wild beim HSV. Und wir kennen es ja auch nicht anders. Wir kennen ja den Walter Ball, den Walter Ball quasi, kennen wir ja, diese Sturheit an seinem System festzuhalten. Und dann eben auch diese Aussagen, wie das jetzt gar nicht mehr, ich hatte es gar nicht so krass schlimm im Kopf aus der Zeit, als Walter bei uns war. Aber mit zu dem Spielball, weil natürlich Post-Match-Interview angehört und PK angehört und sowas von Walter, das ist ja wirklich in Teilen komplett unerträglich. Also das ist echt krass, hatte ich so schlimm gar nicht mehr im Kopf. Und ich sage es jetzt mal aufs Neue, auch hier wieder nach den Aussagen nach dem Spiel, dem Umgang mit dem Spiel, habe ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Rückspiel jetzt dann morgen Abend schon. Da ist weiterhin Klarheit drin, da ist kein Abheben drin, der Begriff von Habt-Acht-Stellung. Und selbst, das auch nicht an die große Glocke zu hängen, aber selbst auf dem TikTok-Account beim VfB haben sie es quasi so verpackt in so einem Video, nach dem Motto, es ist noch nichts gewonnen, warum sollen wir uns über irgendwas freuen? So ein paar legendäre Zitate da aus dem Basketball war das da. Selbst da, selbst überall schwingt das halt mit, dieses Kirche im Dorf lassen, wie auch immer man es formulieren will, ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Dieses Spiel muss man genau so seriös angehen, als würde es 0-0 stehen, was es natürlich auch tut im Rückspiel, aber als würde es insgesamt 0-0 stehen, meine ich damit. Und dann passiert da normalerweise auch nicht mehr viel, wenn du mit einer ähnlichen Klarheit, einer ähnlichen Spielleistung reingehst in Hamburg wie im Hinspiel, dann holt der HSV normalerweise keine drei Tore auf, aber gleich mehr zur Prognose. Wie auch schon im Fazit gesagt, im Stadion-Vlog, das auch noch kurz hier mit rein, finde ich es unnötig, es braucht hier keine HSV-Helme. Die hat der HSV, glaube ich, generell oft abbekommen. Wir sehen uns ja auch oft als VfB als sehr geschundene Fans hin oder als Fans generell. Ich glaube, der HSV setzt da nochmal ein Stück oben drauf, wir betteln uns da mit so Klubs wie Schalke und sowas hin und her. Weil der HSV, wie gesagt, seit fünf Jahren in Liga 2, zweite Mal Relegation, sieht auch wieder so aus, ob es diesmal nicht funktionieren. Auch bei uns wirklich, also der Auftritt von den Hamburg-Fans bei uns war richtig, richtig stark. Ein Top-Fan-Auftritt in Stuttgart, auswärts vom HSV. Wir haben da auch, um da einen Übergang zu bereiten, wir haben gezeigt, was Bundesliga ist. Wir haben gezeigt, was Bundesliga-Niveau ist, was stimmungstechnisch da drin ist in so einem Bundesliga-Spiel. Wie gesagt, Tradition pur, was waren fast 120 Spiele insgesamt zwischen HSV und dem VfB. Einschaltquoten, je nachdem, wie man schaut, sind die mindestens so gut gewesen. In diesem Relegationsspiel Donnerstagabends auf Sat.1 wie Primetime-Samstagabend-Pokalfinale. Also wirklich, die Einschaltquoten waren mindestens so gut, wenn nicht sogar teilweise besser als im Pokalfinale. Das ist auch einfach nochmal ein absolutes Statement. Morgen in Hamburg, alle, die vor Ort sind, alle in Rot, das Motto für die VfB-Aufwärtsfans. Und damit kommen wir direkt zum richtigen Vorberichtsteil mit Aufstellung erstmal und damit auch zwei Personalien. Sosa Nummer 1, da haben wir auch Clips gesehen von Sat.1 danach, rund um das Aufwärtsspiel kam es ja auch schon durch von der Bild. Sosa hat nach dem Spiel vor der Kurve geweint, auch krasse Szenen. Der Abgang steht da wohl sehr, sehr sicher bevor. Sein letztes Spiel also wahrscheinlich am Montag dann in unserem Trikot. Und auch bei Sosa muss man sagen, klar, da hat er auch manchmal wegen Leistung angesprochen. Defensiv ist immer noch so ein Thema bei ihm, aber offensiv, bockstark. Wir kennen seinen linken Zauberfuß, wir kennen diese Flanken von Sosa. Und, was man so hört, der Mann hat sich wirklich komplett aufgeoppert für uns. Wir kennen die Probleme, die er irgendwie dauerhaft mitschleppt. Wir kennen die Geschichten von irgendwie, sich quasi fit zu spritzen, übertrieben gesagt. Also irgendwie Schmerzmittel, dies, das zu nehmen, dass er wirklich körperlich ziemlich zielig hart am Ende ist. Und auch am Ende war schon mal zwei, drei Transferfenster. Immer wieder auch natürlich selber kokettiert, dass er wechseln will. Das gehört auch so weit dazu, aber natürlich auch im einen Winter geblieben, um zu sagen, ey, wenn ich gehe dann erst im Sommer, ich mache den Klassenhalt fix. Und, was man auch so ein bisschen nicht vergessen darf bei Sosa, der Mann ist so ziemlich das meiste VfB pur, was wir aktuell haben in der Mannschaft. Jetzt gar nicht darauf bezogen, dass er irgendwie auf so eine Jugend käme oder sowas, was er ja nicht tut. Natürlich gibt es auch genug Mitarbeiter angestellt, die noch länger da sind, auch ganz klar, noch mehr VfB-Identifikationen haben. Aber Borna Sosa ist seit Sommer 2018 hier. Es gibt keinen Spieler, der hier länger beim VfB ist als Borna Sosa. Er ist der dienstälteste Spieler beim VfB Stuttgart. Deswegen auch da, wenn er geht, sollte in dieser Respekt gezollt werden. Und mal gucken, wo es im Sommer hingeht. Und Bredlow wird nicht fit für morgen. Müller wird wieder spielen. Ohne Gegentur geblieben. Tattoo bestimmt auch gut. War ja auch lange ohne Spiel. Deswegen auch schon eigentlich ein schwieriges Spiel für ihn gewesen. Am Donnerstagabend auch weiterhin Vertrauen in ihn bitte. Weil das geht mir halt echt wirklich, selbst unter dem Live-Ticker-Post vom VfB aus der Pressekonferenz, dass Bredlow-Fletz ist, kommt direkt ein Müller-Hate. Es nervt. Es nervt einfach. Und es hilft ja auch im Endeffekt gar keinem was weiter. Es hilft ja keinem was weiter, wenn es auch noch so öffentlich zu machen. Noch weniger verstehe ich da auch, ich will jetzt beide gar nicht damit dissen, aber in was für einem Verhältnis manche Bredlow zu Müller sehen, so als wäre der irgendwie vier Schichten und vier Level über Müller, das sehe ich halt auch überhaupt nicht. Beide haben ihre guten Spiele gehabt, beide haben ihre Fehler. Der eine regelmäßiger quasi, also öfter in Folge, der andere unregelmäßiger, aber dafür immer härter. So irgendwie alle fünf Spiele mal ein Fehler, was bei Müller ja oft so das Thema war. Bei Bredlow war es jetzt mal eine Reihe an ein paar Spielen, wo ein bisschen Unsicherheit mit dabei waren. Beide haben auch ihre Top-Paraden gehabt, ihre guten Spiele gehabt. Deswegen sehe ich da auch gar keinen großen, gar kein großes Level-Unterschied, was das angeht. Und würde auch deswegen, weil sich auch sonst nichts groß anbietet, die Startelf eigentlich auch unverändert lassen, muss ich sagen. Müller, Mafropanos, Anton Ito, Wagnermann, Endo, Karasor, Endo, äh, oh, doppelter Endo. Perfekt, schönes Skript. Ein Endo streichen bitte. Sosa, Mio, Führig und Gerasi. Und interessant wird natürlich auch jetzt in Richtung Prognose gesehen, die Statistik, dass wir es ja nicht geschafft haben, seit 2021, irgendwann im Mai, dann eben Ende der Saison 2021, also 2021, keine zwei Siege in Folge gefeiert haben. Mal gucken, ob das so wird, wie das so morgen aussehen wird. Wobei er morgen auch nach dem 3-0 auch unentschieden oder eben eine knappere Niederlage reichen würde. Gibt auch keine Ausdachsregel mehr, um das nochmal der Vollständigkeit auch zu sagen. Und wie gesagt, kommen wir zur Prognose, wie vorhin schon angesprochen. Ja, die Restangst ist da. Es ist Fußball, es kann alles passieren. Aber wie gesagt, das ist vor allem nur im Kopf bei uns, weil wir eben VfB-Fans sind und so ein bisschen auch gelitten haben, was das angeht. Und so Gedankengänge eben auch haben dann, rein faktisch, ohne jetzt hier irgendwie abgehoben klingen zu wollen oder whatever, gibt es keinen Grund dazu, sich groß noch Angst zu machen. War eine super Leistung. 3-0, wie gesagt, hätten auch höher ausfallen dürfen, gerne. Diese Abwehrleistung vom HSV dazu eben auch, weil wenn du schon in der Abwehr wenig hinbekommst oder eben sehr anfällig bist und wieder 12 zu 1 Chancen, würdest du ja glauben, dass der Spielstil so ist, dass du offensiv richtig viele Chancen hast, hatte der HSV ja auch nicht so wirklich. Ich hatte eine Szene, wo auch hier wieder Thema Müller gut gehalten hat. Beim Stand von 3-0 war es, glaube ich, dann am Ende wahrscheinlich diese eine Chance der Kicker genannt hat. Sonst kam der Offensiv ja auch nichts. Also ich sehe gerade auch keine Basis, auf der die drei Hütten machen oder vier, wenn sie in regulärer Spielzeit oder in Verlängerung gewinnen wollen. Wie gesagt, dazu eben auch, Thema Defensive, Thema Offensiv wie gerade, der HSV muss ja Vollgas geben. Also vielleicht fangen sie ein bisschen langsamer an und kommen erst mal ins Spiel. Aber natürlich wäre es perfekt für den HSV, wenn die direkt auch ein 1-0 machen nach einer Minute. Die werden direkt Vollgas geben und dann kommen Räume, dann werden wir unsere Chancen bekommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Bin mir auch sehr sicher, dass wir in Hamburg auch mindestens ein Tor machen, mindestens ein Tor machen werden. Und dann, spätestens dann ist das Thema vermutlich durch, weil dann bräuchte der HSV, wie gesagt, er findet euch dieses Mal ausgenommen, fünf Tore, um hier weiterzukommen, um hier zu gewinnen. Wenn wir ein Tor machen in Hamburg, wie gesagt, selbst drei Tore aufholen, wirkt für mich recht unrealistisch nach dem Hinspiel, wenn wir das Spiel eben komplett ernst nehmen. Wenn es kein VfB-Totalausfall wird, wie wir es schon manchmal hatten, den sehe ich gerade aber auch nicht kommen, weil wir dieses Level, bis auf Berlin von mir aus, das Level komplett gehalten haben. Unter Hoeneß, die Ansagen klar ist, wir wirklich auch gut immer bei der Sache waren, deswegen sehe ich gerade keinen kompletten Abfall auf einmal, sehe ich überhaupt nicht. Nächstes Thema ist eben, es darf natürlich auch nichts, ich sage mal, Fußballgöttisches passieren, weil das müsste ja fast passieren. Manche schreiben von Wunder. Und wenn das alles nicht eintritt, wir ganz normal, mit Seriosität, einen guten Auftritt, auf dem Niveau natürlich im besten Fall, wie im Hinspiel hinlegen, werden wir in Hamburg die Bundesliga halten, bin ich mir ziemlich sicher. Ergebnisburgose ist hier ziemlich schwierig, weil, wie gesagt, die Frage ist, wie tritt der HSV auf, wie treten wir auf, wie wird das Spiel angegangen? Auswärtsspiel natürlich in Hamburg. Wie gesagt, ich glaube, wir treffen mal. Ich glaube, wir treffen mal mindestens einmal. Die Frage ist, ob das zum Sieg reicht, wird sicher, oder ich glaube nicht, dass es nochmal so demonstrativ wird, wie im Hinspiel. Also ich glaube nicht, dass wir 0 zu 3, 0 zu 4, whatever, in Hamburg gewinnen, sehe ich nicht ganz gerade, weil es eben auswärts ist und in Hamburg ist, wird, glaube ich, auf jeden Fall knapper. Ich sehe irgendwie auch wirklich einen Unentschieden möglich, sei es ein 1-1, ein 2-2, aber eben nicht genug für den HSV, dann hoffe aber weiter auf den Sieg. Und wir haben es oft gesehen, wie gesagt, die Defensiven, wir müssen unsere auch mit reinnehmen, wir haben die gesamte Saison zweimal zu 0 gespielt, vor dem HSV-Spiel in der Liga, beide Spiele gegen Köln, das gegen HSV war das dritte Spiel in der gesamten Saison, was wir zu 0 gespielt haben, also wir müssen unsere Abwehr auch mit reinnehmen. Beide Abwehrketten, beide Defensiven haben ihre Probleme, dafür haben beide eher offensiv ihre Stärken, wie vor allem im Hühnenspiel gezeigt. Deswegen, es gibt auch öfter mal Torfestivals, gerade in Hamburg eben, Heimspiel, Volkspark in Hamburg gibt es öfter mal Torfestivals, hat diesen Hohensieg gegen St. Pauli da im Kopf zum Beispiel, könnte ein Schlagabtausch werden, natürlich muss der HSV irgendwann noch mehr All-In gehen, deswegen tippe ich mal einfach wieder auf ein Torfestival, auf ein geiles Spiel, 2 zu 3 Auswärtssieg für uns beim HSV. Dann habe ich eigentlich alles besprochen, was ich hier vor mir hatte in der Liste und nochmal natürlich die Ankündigung, wir streamen morgen oder ich streamen morgen, natürlich können wir gerne einschalten dann, vielleicht bleibe ich sogar hier sitzen auf dem Sofa, ein paar Oldschooler quasi kennen das noch, die ganz, ganz alten Streams hier auf dem Sofa, vielleicht mache ich es morgen auch nochmal, weil Fernsehübertragung ist halt eins, dann bin ich auf jeden Fall up to date und eben habe keinen Spaß mit irgendwie Delay und so Geschichten, ich werde echt mal hier hocken, lasst das Setup hier gefühlt einfach mal stehen für morgen Abend, schauen wir mal, ich sage morgen Abend streame gerne zusammen, kommt dazu, schreibt in den Chat, schaut einfach nur so zu, ohne zu schreiben, wie auch immer, kommt gerne in den Stream dazu, dann in diesem Video natürlich auch gerne einfach eure Meinung da lassen zu allem, was ich hier besprochen habe, Bundesliga, bleiben wir drin, bleiben wir nicht drin, Rückspiel, wir haben das Hinspiel gesehen, andere Themen rund um HSV-Spiel, rund um VfB, whatever, lasst gerne einen Kommentar da, natürlich auch wie immer gerne kostenlos den Like und das Abo da lassen, so langsam, ich glaube über 7.500 mittlerweile, können wir echt so ein bisschen den Begriff von Road to 10k oder so, ne, den Weg zu 10.000 so ein bisschen mal aufmachen, in die Richtung gehen, so drei Viertel sind schon geschafft, was das angeht, deswegen auch natürlich da, vielen Dank nochmal da, auch natürlich auch vielen Dank auf den Support von dem Stadionvlog, hat sich natürlich meine Schwester auch sehr drüber gefreut, weil sie war ja quasi die Kamerafrau hauptsächlich in dem Video von dem Vlog, dass das so gut ankam, hat mich auch sehr gefreut und dann würde ich sagen, labere ich nicht mehr groß drum rum, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.